guten tag hat er gesagt so die erste hätten wir ja nicht fertig aber wir haben hier schon mal ausgelegt da muss ich jetzt sechs noch mal reinballern ich weiß gar nicht ob wir sechs noch irgendwo haben ich muss ja mal ein bisschen rumlatschen bei irgendwas irgendwo irgendwie neben dem auto nicht das war ja mal rumgeflogen genau das würde ja da hinten liegen denn wahrscheinlich dass wir wollten auf jeden fall noch mal sechs schirpen hatten ach so ich habe das letzte mal gestellt also schon lange her gestern kann man das schon mal vergessen hat man gestern gemacht hat war der erst mal gucken was da so rum schwirrt schwebt und dann um uns das aber viel ist nicht mehr wir haben hier noch ein gitterchen was war denn für irgendwas verwenden sollten nur eine schürfen hatte bei enorm gitter bestellt ja wollte ich sagen liegen so scheiße da drin holigarkäse holigarkäse verbände wollen wir ja richtig machen ich will ja nicht nur ein bisschen hier durchsuchen also noch mal naja ich mach mal hier mutter aus ne ich dachte wir denken wir sind hier alle snobs ne und haben wir noch geld aber dann bestell ich noch mal jetzt vier shop matten richtige richtig gute die nicht der tier ins dreh und vier so kasse ist denn das schön dann gucken wir mal am ende wie das alles denn so gott sei dank muss man hin und her fahren stellt euch mal vor ich müsste das noch alles so ob die eine getroffene die die da hinten die ich glaube ich na und jetzt geht es hier in bin das alte dahin aber hier über die eher über die bahn kann ich also siehst du hier ist er an dem damer motor aus so jetzt kommt ja erst mal rein hier empfiehlt sich eigentlich mehr dazu machen weil der am rand kann man die ja auch so irgendwie halten also ja ja nicht aber hier abbietet dann nähern sind ja immer so eine halte dinge aber aber nicht so und so ein chirp geht dann mache ich da oben jetzt noch drüber warum mache ich das jetzt bestellt weiß kein mensch aha du störst mich jetzt hier irgendwo irgendwie von der anderen seite gibt es keine treppe irgendwie ach doch da wollte ich schon sagen sonst ist ja 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 die ja so völlig aufgeschmissen auf deutsch ne so ja es nimmt langsam hier fahrt an zwei müsste ich noch haben zwei haben wir noch halt gut und dann müssten wir dann danach dann irgendwann mal unsere waschanlage hier unten aufbauen also nicht die wasch doch die naja wo was gold rauskriegen ne den goldinator gold nugget tater und so weiter und so fort ne wäre eigentlich ganz cool wenn wir das auch noch machen so jetzt kommt eine große verstromung würde ich sagen erst mal hier den eimer sammeln weil ich dazu mag so so den einen abschlepp haben wir ja ich weiß nicht ob ich den dahin schiebe der stand ja sonst immer oben irgendwo ne also bei diesem tutorial stand er auf jeden fall oben wäre eigentlich zum empfehlen das auch zu machen geht auf jeden fall schneller als jetzt mit dem bagger young wieder zu machen da man ja auch nicht vergessen und der sie eigentlich immer noch voll warum nicht ach so es regnet aber naja wird größer ok was ja wäre cool wenn die wieder voll geht ne ich weiß nicht ob hier oben denn cooler ort ist naja ok ich versuchte dann war jetzt so da hinterher zu zotteln ich glaube von hinten werdet ihr irgendwie ein bisschen besser oh shit oh shit oh shit wo fahren wir dann lang jetzt hier ja so kann man es auch machen meine erste produktion hier wieder herstellen mal wieder herstellen mal das auto geil natürlich jetzt da gerissen ist auch jetzt nicht allzu geil irgendwie gelaufen ja 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 oder einfach sage okay das kommt hier mit dem kran hoch und dann ist gut ob wir fahren hier einfach mit dem kran hoch und dann ist gut die anderen teile liegen da wahrscheinlich jetzt eh um und dann stellen wir da oben irgendwie wieder hin weiß ja nicht ob man da auch klicken kann dass er sie einfach abend dann aufbild durch so wie der andere tank aber ich glaube nicht nicht dass ich mir auf die eigenen finger da fahren wäre ja auch nicht gerade förderlich er kommt dann heran aber ich komme da aus sohn ihren also ich dachte einer ist das hier deshalb ja wo ich den machen wir erstmal daran mal dass wir den irgendwie nach oben gezogen kriegen aber okay das war nicht wo ich ihn jetzt habe hier abgleich können wir hier oben ran vielleicht kann ich das einfach klären indem ich das alle löse tangiert glaube ich und dann ist es gut genau so kommen wir hier noch weg und dann lässt es hier auch ganz ganz cool wenn wir den eigentlich schon wieder aufs feld stellen also hier eigentlich ohne den mitzunehmen irgendwie wird wahrscheinlich so der beste sein ich weiß ja noch nicht so ganz genau jetzt müssten wir den irgendwie in der nähe erst mal kriegen damit wir am ende auch genug benzin haben naja alles kommen hier ist hier ein richtig cooles auto ein großes starkes auto den da irgendwie in so 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 sehr geht irgendwie am rand hoch und den da nur seitlich ran schieben und dann war es das ja auch schon ja nicht ganz so aber wir kommen nah ran mit dem was ich möchte ja reicht ja schon jetzt können wir den schon auffüllen wo ist der hier ist der hier aber gerade so ne cool hat hier steht da echt hat hier also da können wir den auffüllen das ist jetzt schon mal gut und jetzt brauchen wir nur noch kabel zu ganz viele kabel zu nehmen die mobile waschanlage die holen wir mal her und die wird ja so dann nicht mehr gebraucht in den zustand da hinten dann hat man schon mal ein kabel und dann gucken wir oben gleich mal bei den stellen weil wir ja alle sind dann hier schon mal ein bisschen einsammeln was hier schön ist ja wenn ich auf den stehe wird es nicht so cool sind so den hier zum beispiel den kann man aufrollen hier dann ist der hier schon mal zum mitnehmen der hier zum mitnehmen so alles hier mal so ein bisschen rin hier sind ja noch ein paar ein marchchen okay warum nicht so ordnung muss sein aber wir müssen unbedingt den erdbauer noch weg machen mit dem uni vergessen und das war den unbedingt adl kummer da ist ja ein bisschen was die filter um einmal also zumindest zeigt irgendwas an aber das wird ja nicht die weite mit der füllen mit der füllen so ja klar dem brauchen wir ja dann nicht mehr in dem maße aber wir müssen ja alles mal anschließen hier auch mal gespannt der hier läuft also da die müssen wir da anschließen da und dann hier an dann bräuchten wir ja 1212 auf jeden fall und ich glaube die trommel war auch irgendwie wird ne also da ja noch 4123 erstmal auch immer hier gucken ob hier irgendwas noch rumliegt was dann nicht so cool ist aber hier liegt nichts rum was komisch wäre er fühlt sich da noch gut auf ich muss ja erstmal rein füllen mit dem bagger denn am ende aber ne bleibt der gleiche hier ist ja auch noch einer ein zwei ach so das waren ja zwei drei dinger noch ok drei dinger noch und dann mit mit wasser den wasser schlauch hier schon mal in der hand habe den wasser schlauch hier schon mal in der hand habe und der wasser schlauch achso da was hier überhaupt mit wasser hier noch versorgt werden muss irgendwo spielst du ja auch das ganze aus oder nicht denn nur einmal wasser ich glaube fast schon ne dass er nur einmal wasser hat und der steht da hinten das ging ja noch ne ich weiß aber nicht wieviel der braucht sieht man jetzt nicht der hier da ist ja sowas dran ne das wird da alles so verteilt das ist cool aber da ist ja dann kein wasseranschluss ne weil ich einen schlauch sehe oder ne da genau da bin ich mal gespannt der sätze voll der sonder prozentig voll ja sie ist ja alles cool da geht auch hier lang zu fahren da ist ja guter treffer hier aber der war drüber aber schade eins von drei und dann geht's auf auf hier mit hier 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 schade hier hier Der macht dann den hier um die Ecke, der macht dann den hier, und der macht dann den hier unten, ne, zack, 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 na, coole Sache, ey. Der ist ja wie so ein Zwischenlager, er pumpt sich voll und der pumpt ab, der Motor mit da, das geht, das ginge sogar, das könnt ihr sogar einfach so lassen. So, der ist saftig, der ist saftig, der hat Tropfen und Schüttung voll, denn, okay. Der hat Saft und die sind alle da unten mit Dings, nur noch normales Wasser bräuchte ich. Ja, wie machen wir das mit dem normalen Wasser denn am Ende, weil, ich müsste ja eigentlich das dann aufteilen, aber ich habe ja nicht eine andere Wasserquelle. Der hier wäre ganz cool, ne, das andere Wasserquelle. Außer natürlich, wir machen so einen Verteiler, wir machen hier, der hat ja auch einen größeren, ne, der hat keinen großen Anschluss. Ne, der hat nur den Anschluss. Also einen Abgang hätten wir noch. Das heißt, wenn ich jetzt so mit so einem Teil, könnte ich mir noch einen hier hinziehen, in so einen Würfel. Also ich brauche einen Dünnschlauch, ich brauche einen Dünnschlauch und, äh, irgendwas, warte, bis mal hier reicht, ne, und, äh, noch einen dicken Schlauch. Ne, dann machen wir das mal. Warum den hier und den hier noch? Gell. Ja, es ist leichter, jetzt hier einfach mal so ein bisschen so zu fahren, ein bisschen hin und her zu fahren. Zack. Zack. So, das ziehst du denn von denen hier erstmal. Den da hinten verbinden. Erstmal geht's ja nicht, ne. Irgendwann haben wir natürlich dann unser, unser Wassertürmchen. Wenn wir genug, äh, Geld haben, ne. Uh, uh. Und den müssen wir jetzt, äh, ja, wieder unten noch verbinden. Okay, warum willst du nicht? Naja. Der andere Dünnschlauch, der ist hier. Nun machen wir gleich nochmal. Dann springt er rüber und dann ist gut. Dann ist es ja nicht so schlimm. So, der hat Wasser, der hat Wasser. Die braucht, die brauchen auch noch Strom. Ach, die brauchen noch normale. Normalen Strom. Den hätte ich mir ja, das habe ich nicht gesehen, ne. Zack, zack, zack. Und die brauchen den Steckdosen. Ja, man würde es erkennen. Aber das ist noch so eine Sache. Ich muss da kurz mal ran. So, dann bin ich wieder da. Das sind nochmal einfache Wasserschläuche. Ich weiß ja, ne, ob hier hinten noch welche einfach so rumliegen. Ich glaube nämlich, ne. Achso, ne, die einzelnen Dingsbums, das ist da, geht da und da hin. Da müssten wir ja eh dann so eine Batterie darunter stellen. Oder so ein Verteiler denn nochmal mit Strom. Wäre ja eigentlich besser, ne. Mal sagen, okay, wir bauen das denn da eh runter. Jetzt müssen in der Nähe. Ich dachte, sag's hier oben drauf, kommt der Verteiler. Genau. Ja, ist natürlich jetzt so ein bisschen viel hin und her, aber wir müssen ja eh den Tisch schon allzu was umräumen. Ja, dann müssen wir das doch mit dem Wasser wieder ein bisschen umbauen. Na ja, hoffentlich reicht das da unten alles denn für, für alles. Alles, alles für alles. So. Ne, doch so rum war. Kann der den nicht drehen oder so? Geräte, Objekt drehen. Ja, aber. Ja, genau so. Gott, ich glaube, der wäre besser, wenn wir da hinfahren würden. Jetzt sage ich, glatt hier alles ein. Rückwärts. Ich glaube, das ist so mit das allerbeste, was man machen kann, ne. Weil wir brauchen ja eben alles hier, ne. Denke ich mal zumindest den Wasserverteiler dann nochmal. Ne, den brauche ich den nochmal. Ich weiß nicht. Wäre wahrscheinlich schön, wenn man hier überhaupt mal aufräumt. Also den hier erstmal rein. Den Nuggenator geht der eh nicht, weil die sind komplett leer, ne. Ja, gut. Magnetit for the world. Weiß nicht, ob wir den denn noch brauchen. Wäre eigentlich denn so eine kleine Überraschungspumpe. So, der hier muss ja hier so bleiben, ne. Ja, den könnten wir ja denn da so ran machen, ne. Wenn es, wenn es gefallen würde, ne. Ah, muss ich da echt hinterherlaufen? Ja, da können wir ja einen hier nochmal einsammeln und den anderen. Den mache ich dann lieber hier hinten dann nochmal rein. Oder lasst den hier hinten. Bestellen wir denn noch zwei Stecker, auf jeden Fall. Ah, hier sind wir voll im Umbau-Modus. Ne, das lassen wir mal hier hinten. Dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Und, äh, sieht ja ganz gut aus, ne. Dass man wirklich sagt, man kann das jetzt hier alles so so Dingsen machen. Und dann ist das gut, ne. Alles klar. Wollen wir denn mal gucken. Ne, bis zum nächsten Mal. Euch noch einen schönen und beden. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.